Seit Mittwoch sind in den Räumen des Konrad-Zuse-Computermuseums im Lautech-Gebäude Hoyerswerda 60 Kunstwerke des Ingenieurs zu sehen. Der Visionär mit Pinsel und Farbe, so der Titel der Ausstellung, hat in den vergangenen Jahrzehnten unter anderem Karikaturen, Aquarelle, Kreidezeichnungen, Porträts und Ölgemälde aufs Papier gebracht. Noch bis zum 6. Dezember sind die künstlerischen Arbeiten von Konrad Zuse zu bewundern.